Ich bin die Gabriele, bin Friseurin, habe seit längerer Zeit Rücken- und Schulterbeschwerden, bin durch meine Aromatherapeutin zu Cisano gekommen, habe diesen Chip jetzt ausprobiert und ich muss sagen, es ist eine super tolle Erfahrung, es ist leichter geworden, es ist nicht ganz weg, aber es ist wesentlich besser geworden und habe auch schon ein Cisano-Bank, das mich auch noch unterstützt, also ich bin sehr happy, dass ich das gefunden habe. Dankeschön.